Dann fahren wir mal hier hoch. Kleine Abkürzung. Out of my way! Dreaming man! Sorry! Ähm, ja. Steigen und laufen, ist angesagt. Fuck. Auf doch da! Okay. Und kann er dann nicht, okay. Dann, äh, bisschen zurückfahren. Wow, okay. Das geht also auch, okay. Out of my way, bitches! Wow. Voll gehengelaufen. Meine Nudeln! You hungry, huh? Ja. Very hungry. Here you go. Danke! Ich glaube, besser wird's nicht. Da haben wir, glaube ich, Klamotten gekocht. War das bei ihr? Nee, das war aber ein Kerl, oder? Ja. Wo kann ich dir zeigen? Ein Mann, wie du, wie du, braucht ein gutes Bett. Ach so, ja, ja. Okay. Sounds good. Thank you. Someone will deliver it soon. I hope you enjoy it. Okay, ein Bett ist, äh, ist cool. Wow. Da hab ich doch was leuchten sehen. Und gleich 5.000 wieder rein? Na klar. Sehr, sehr nice. Hey, 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 hey. Was? Ist das hier eine Lautstärke? Ich hab das Gefühl, so könnte es wirklich sein. No, I don't want me close. I have already bite me close. Geht mir doch mal an, was mögen wir denn das? Was ist denn los mit euch? Wir laufen jetzt zur Quest, oder wir fahren, obwohl wir es nicht gekommen haben, warte? Nein, wir fahren. Wow. Hast du mich gerade angefahren? Hast du mich gerade angefahren, du Pisser? Was ist los mit dir? Fick dich, Alter. Mein Motorrad. Ups, sorry. Oh, wir sind schon da. Wir sollten zu Winston, oder? Wir müssen hier auf jeden Fall rum. Fick dich bei Winston? Ne, das ist was anderes hier. Okay. Mit Ming reden. Ne, du alte Ming-Mage. Was ist hier los, Ming? Ach so, das ist definitiv für Schieb. Wie hast du dich verbunden? Hast du alles, was du brauchst? Nein, Mann. Ich bin nicht zurück in Bobstar, seit ich alle Leute verlassen bin. Ich bin nicht sicher, wie er es wird. Wollt ihr mich mit ihm zu sprechen? Ja, ja. Ich bin gerade raus. Also, ich nehme meine nächste Schieb. Und mach sicher, dass alles cool ist. Okay. Ming, ähm. Das ist ja jetzt einer von uns. Nachdem ich ihm den Arsch aufgerissen habe. Ich vergaß. Naja. Aber was legt er sich auch mit uns an, ne? Das rennt er auch mit dem Messer auf mich zu. Das ist halt nie eine gute Idee. Ich lauf da jetzt schnell hin. Ich bin nicht so weit weg. Wolle ich mich jetzt extra ein, äh, Auto schnappen. Das wird auch eine Prügel-Quest. Weit ich weiß. Jo, was's up? Hey. Ist Popstar hier rum? Was, wenn ein guter lookinger Typ, wie du, mit meinem Freund? Es geht sich doch nichts an. Du Popstar? Wer was fragt? Schau. Ich arbeite für Winston. Dirty Ming operieren in unserem Territory. Ich will sicher, dass er zu vermittelt wird. Klar. Ich versuche ihn. Aber... Aber was? Ich muss bezahlt werden. In advance. Ich mache es einfach für dich. Ein paar Junkies verdienen mir Geld. Die Leute benutzen einen Deal von mir, bevor sie sich selbst bestellen. Kollekt, was sie mir verdienen, und ich versuche deinen Mann ab. Wer bist du denn? Du wirst sehen! Wer? Was? Rein da! Und fick dich! Money. Voll übertrieben gestikuliert. Aber nett. Ja, auf jeden Fall das Money. Find ich gut. Hey, hier ist dein scheiß Geld. Fick dich, soll ich dir die Fresse polieren? Who the fuck is this? He's okay. He's one of Winston's guys. Yeah? Ja, son on, you will take on anyone these days. Fick dich, soll ich dir die Fresse polieren? Who's that? Feng Shen. Best shit in Hong Kong. You got my money? Got your money. Here's your package. Tell Ming to stick with girls over 14 this time. Yeah. Stay cool. Hey, you two. Come over here. Stop. I'm the arrest. Whoa. Oh, scheiße. Nein. Oh. Oh. You too. Come over here. Let's go. Yeah, oh da. In the arrest. So money glass you knaps? Knock. On fact doors. I'm out of here. No. You can't get me. I'm too fast. I'm a fast as a lightning. Oh. No. I don't want to freeze. you never catch me you never catch me auch eine schnelle karine damit ich von hier weg komme vielleicht nehme ich ja das betrug aber das wäre cool wenn sie dann mit fetten Autos kommen kann ich sie nicht aus dem Weg mehr rammen sollte ein Auto nehmen doch welches Ziel führt nur Kacke rum dann kommen tue ich ihnen nicht wo will ich gerade rumlaufen hey jubi 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 kong-kong warte mal home sweet home heißt homestead roller fuck you I'm out of here das war sie lutscher mit inspector tang haben wir auf jeden fall gut geregelt würde ich sagen und fahren jetzt mal ganz gechillt zum nächsten quest zum nächsten auftrag gucken was die polizei für uns noch hat wo ich eigentlich die gangster quest hier ein bisschen sachen muss sein das ist nicht spannend ein schönes polizei schild hier oder was los yo ming was los oh heilig oma got the stuff right don't worry i got your stuff right here now i can stop making money erledigt bing bing weil wir fünf abzug bekommen haben kriegen wir jetzt brechen sie mit einem slim jim autos auf ohne alarm zu lösen oder die scheibe zu zerstören wer kann schusswaffenträger kampflos entwaffnen ok pop stars kontakt operiert im log fu park überwachen sie ihn ok das kriegen wir hin ich möchte gern ein auto aber da ist ein kopf in der nähe deswegen machen wir das mal nicht aber ich kann den dinge umkicken kann ich nicht ok ich kann das offensichtlich nicht umkicken sehr sehr schade aber da kann man nur nichts machen ähm nur lahme autos hier ich steh mir mal das hier sieht wenigstens halb die zeit schuldig aus oh sorry noo fuck it fuck you cop bastards parstiers you will never get me alive you will never get me alive was hätten film people es gesehen ok okay Jetzt können wir wieder zurückfahren. Aus dem Weg, man. Ich hab mal wieder Bock auf so einen richtig geilen Actionfilm, aber irgendwie fällt mir kein guter Einflug. Sorry. Ah, ha, 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 das kommt jetzt. Kann man reken, aber zuerst die Schläger loswerden. Okay, no problemo. Die überfahre ich jetzt einfach, falls ich noch im Auto sitze. Natürlich nicht. Yo, Pisser. Denkt ihr, ihr könnt euch mit dem Drachen anlegen? Guck mal, gucke mal, was Schönes für dich hat, du Penner. Wow, wow, hast du Angst, oder was? Knack. Komm her, hier, du Vogel. Du kommst schön in die Mülltonne. Du kommst ja gleich auf den Boden. Na? Na? Zack. Hier, machen wir mit der Mülltonne-Bekannschaft. Somebody hold me. Somebody hold me. I've had enough of you. Okay. Kamera hacken. Ich weiß ja jetzt noch, wie es geht. Hoffe ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Aber vielleicht mal gucken. So. Ach ja. Das war ja das schöne Spiel. Na, 8 ist aber schon mal wichtig. Okay. Okay, jetzt sind auch die 2 anders. 9, 7, 8 hatte ich nämlich. Ach, keine Duplikate. 6. Warte mal, hatte ich da 5 schon. Mann, ey. 0, 1, 2, und 3. Nur die 0 ist falsch. Oh, das war's schon. Okay. Ach, f- Oh, fuck. Ach, scheiße. Falsche Position. Okay, mal hier mal 2, hier mal 1. 8 ist richtig. Und hier mal 3. Auf gut Glück. Schon wieder alles falsch. Okay, hier 1. Hier 2. Hier 8. Und hier 3. Ist das richtig? Und hier einfach 8 und 3 tauschen. Okay. Yeah. Das war auch ganz gut. Fürs erste Mal. Enthandeln Sie den Lieferanten via der Aufnahme in Ihrem sicheren Haus. Okay. Home, back home. Back, back home. Kann ich nicht einfach hier... Okay, das geht wahrscheinlich nicht. Das führt woanders lang. Geh aus dem Weg, Bastardo. Na, fühlt sich wichtig mit deinem Kopf, oder was? Mr. Gangnam Style. Wie ist er nochmal? Weiß man schon wieder nicht mehr, ne? Schon wieder zu lange her. Vielleicht kann ich hier mal ein Auto leihen. Das wäre mal ganz nett. Darf ich mir... Oh, nee. Das dahinter, das sieht so futuristisch aus. Ich möchte das gerne mal. Diebstahl. Ach, halt die Tye. Halt die Diebstahl. Elektroauto. Auto winnen. Aber super langsam. Aber wir sind ja schon fast da. Elektroauto gegen Elektroauto. Wow. Elektroauto gegen altes Auto. Ich gewinne. Elektroauto gegen Treppen. Elektroauto gegen Ausstieg. Gucken, was abgeht. Hey. Ich habe zu machen, die wir draußen so nehmen. Ach, die Scheiße. Hier ist auf jeden Fall was am Abgehen. Das weiß ich noch, wie es geht. Der Bindungsaufbau. Identifizieren Sie den Lieferanten und lassen Sie ihn verhaften. Äh, das ist relativ klar, wer hier der Lieferant ist. Dieser Fang-Typ. Wenn man da auf den Falschen gehen, ähm, gibt es eine Strafe. Ach so, das fühle ich dir Richtige. Wir haben sie. Wir haben sie. Inspektor Tang? Das ist Wei. Fang-Shan ist runter. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. I agree. If I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? Alright. Keep me informed. Got it. Got it. Okay. Fertig mit Quest 2. Körperfahrung. Mega mäßig aufgestiegen. Psychische Beurteilung. Rayshen. Okay. Maybe later. Oh, sweet. Wait, what do you mean? Oh. Yeah. Yeah, I speak English. I kinda guessed. What can I do for you? I'm looking for this place. Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a Kung Fu school. But I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Uh, okay. Okay, yeah, that would be really great. My name is Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice meeting you, Amy. I'm away. Da ist ja genau ins richtige Viertel gespaziert. Hey, what can I do for you? Gib mir meine Karre. Okay. Offensichtlich geht's im Motorrad. So, what brings you to Hong Kong? You thinking of becoming Chinese? No. No, I, uh, I just finished college. And I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life. That sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks. So, no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh, yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt. And only apply makeup at red lights. Don't text and drive. You know, that kind of thing. Words to live by.